Das ist Tim. Er ist HTL-Absolvent und ein Held. Ben ist Lehrling. Auch er ist ein Held. Beide arbeiten bei Vescon Systemtechnik. Was macht die beiden zu Helden? Superkräfte? Beide arbeiten gemeinsam an bahnbrechenden Innovationen für die Automobilindustrie im Bereich Lichttechnik, E-Mobility und Powertrain sowie der Medizintechnik. Werd auch du zum Helden und bewirb dich jetzt im Superhelden-Hauptquartier von Vescon.